Musik Ist Langwedel reif für einen Supermarkt? Ja, sagen viele Bürgerinnen und Bürger, aber wie soll denn das bitte funktionieren? Warum, so fragen sich viele Menschen in Langwedel, warum eigentlich immer so weit fahren, wenn wir einkaufen wollen? Geht das denn nicht auch anders? Früher gab es doch auch den guten alten Tante-Emma-Laden im Dorf. Das ändern wir, sagt der Bürgermeister und er plant in absehbarer Zeit einen eigenen Langwedeler Mini-Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von rund 350 Quadratmetern, einem Café und einer DHL-Packstation. Langwedel soll Tante Enso bekommen. Wie das funktionieren kann und soll, erfuhren die Menschen, die am letzten Samstag zum Bäckerwagen auf dem Dorfplatz kamen, um sich mit Brot, Brötchen und Kuchen einzudecken. An einem spontan aufgestellten Infostand erklärte Bürgermeister Markus Herdegen, was er vorhat. Ja, jetzt ist es soweit. Wir haben tatsächlich die einmalige Chance, einen Supermarkt wieder nach Langwedel zu bekommen. Und ich glaube fest an die Langwedeler, dass wir es auch tatsächlich schaffen, hier in den kommenden Zeiten einen Supermarkt herzubekommen. Dass ich die Unterstützung auch von der Gemeinde habe, von der Gemeindevertretung habe ich sie schon. Und ich denke mal, dass die Bürger hier im Ort und auch in den Nachbarorten wie Dicken und Wader sicherlich interessiert sind an einem 24-Stunden-Supermarkt hier im Ort. Also wir werden 350 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Zusätzlich wird noch ein, ist geplant, ein Café mit reinzunehmen, sowie auch eine Bäckerei. Und was natürlich auch interessant ist, eine DHL-Packstation oder Paketstation wird dann hier auch mit integriert sein. Und ich denke mal, das ist eine Bereicherung für uns, sodass wir eben auch nicht mehr bei diesen teuernden Spielpreisen gerade nach Nordhoff, Bordesholm oder Kiel fahren müssen. Und was sagen die Langwedler zu dieser Idee? Ich bin Roland Thomas und ich wohne hier in Langwedel. Und ich bin hier zum Treffen, wo es darum geht, dass es eine neue Einkaufsmöglichkeit in Langwedel geben soll. Und da sind wir total glücklich drüber, weil es doch nach Nordhoff und so ist es etwas weit. Und deshalb freuen wir uns, dass es überhaupt passiert. Ich bin Rainer Mittelstedt und ich freue mich unwahrscheinlich, wenn das hier klappen würde mit unserem Supermarkt, dass wir wirklich eine Bereicherung fürs Dorf. Und was Besseres kann man sich ja eigentlich gar nicht wünschen. Kurze Wege, gerade bei den heutigen Spritpreisen, was will man da mehr? Und ich denke schon, dass wir auch genug Leute zusammenbekommen, um die entsprechenden Anteile zu verkaufen. Und wir sind auf jeden Fall dabei. Anteile kaufen, was ist damit gemeint? Nun, Tante Enso ist eine Genossenschaft. Daher müssen von mindestens 300 Teilhabern Anteile für jeweils 100 Euro verbindlich reserviert werden. Je mehr Menschen mitmachen, umso besser. Bürgermeister Herdegen ist sich jedenfalls sicher, dass es keine Probleme geben wird, genug Menschen in und um Langwedel zu finden, die bereit sind, solche Anteile zu erwerben. Na denn, die ersten scharren ja bereits mit den Hufen und können es wohl kaum erwarten, in ihrem Dorf wieder einkaufen zu können.